herzlich willkommen zu einem neuen video und heute soll es mal darum gehen mit welchen werkzeugen können wir denn sofern wir es uns zutrauen die technischen geräte die wir alle so zu hause haben gegebenenfalls reparieren und wenn ihr schon mal an dem handy rumgeschraubt habt werdet ihr festgestellt haben dafür braucht man ganz viele verschiedene bits je nach handy je nach hersteller habt ihr apple habt ihr samsung braucht ihr unterschiedliche bits und ich habe mir vor einiger zeit hier mal so ein ganz günstiges set mit verschiedenen bits im internet bestellt also das kann glücklich von amazon oder woher auch immer weiß ich nicht mehr habe jetzt aber im prime day gesehen dass von einem großen anbieter von reparaturvideos im internet da ein anderes set im angebot war und das hat da habe ich zugeschlagen und zwar dass i fix it pro tech toolkit klingt erstmal ganz hochtrabend und das schauen wir uns heute mal an ja dann schauen wir mal an was der hersteller fix it hier alles drauf schreibt wie gerade schon gesagt das ganze nennt sich pro tech toolkit und soll ein high performance toolkit sein da gucken wir mal ob sich die versprechungen nachher auch erfüllen auf der rückseite ist dann noch eine inhaltsangabe da seht ihr hier oben erstmal eine auflistung der teile die quasi unabhängig von den bits drin sind drei opening tools opening picks verschiedene spudger genau der jimmy kennt vielleicht der ein oder andere das ist so das klassische opening tool von i fix it an der stelle vielleicht noch der preis für den ich es gekauft habe 44 euro war beim primeday das erschien mir zunächst mal preislich ganz okay und dann seht ihr hier noch die verschiedenen bits die mit dabei sind die für verschiedenste anwendungszwecke geeignet sind oder nötig sind sozusagen da ist wirklich zumindest nachdem was ich so kenne ist da wirklich für alle handys was dabei seht ihr auch spezielle noch für apple geräte und so weiter und so fort also das ist wirklich relativ umfangreich und setzt auch nochmals zu meinem am anfang gezeigten china set ein bisschen was oben drauf ja und dann wird natürlich noch auf die videos auf der internetseite verwiesen ja lange rede kurzer sinn da würde ich sagen gucken wir mal was denn so alles drin ist denn drauf schreiben kann ja bekanntlich der hersteller viel wobei bei so einer inhaltsangabe da würde ich jetzt mal davon ausgehen dass wir auch gleich alles in der box wiederfinden so dann schauen wir doch mal na bitte fast so aus ob es schon geöffnet gewesen wäre keine ahnung ja hier ist das ganze und zwar direkt schon in so einer ich nenne es mal nylon oder was auch immer das für material ist tasche das fixe ist schon ein bisschen verblichen komisch dafür dass es ganz neues naja was soll's und dann klappen wir das ganze mal auf und dann sehen wir hier schon die verschiedenen teile da kann man hochklappen da sind die ganzen werkzeuge zum öffnen das sieht aus wie pinzetten das sind die öffnungstools und das hier sieht aus das sind die bits vermutlich da ist so eine magnetische matte genau die ist natürlich auch dabei da könnt ihr schrauben oder ähnliches drauflegen damit ihr euch nicht verloren gehen das natürlich ganz ganz clever gemacht dass man die matte hier quasi auch gleichzeitig noch als halterung für den bit satz benutzt das ist irgendwie ganz schlau gelöst von alfixit so dann haben wir das ganze hier seht ihr schon die verpackung ist ein bisschen anders gestaltet als bei meinem anfänglich gezeigten gerät und hier sind dann auch alle bits drin sind sauber aufgeräumt haben alle ihren platz und sind dann auch entsprechend bezeichnet das ist finde ich ja immer ganz wichtig wenn man mehrere rausgenommen hat damit man nachher auch weiß wo sie wieder rein gehören hier verlängerung ja das ist so der klassiker dies glaube ich bei allen toolkits dann entsprechend gibt und das ganze wird hier über magneten gelöst finde ich auch ganz schön dann hat man das ganze auch kann man das ganze direkt auch voneinander trennen ja alle öffnungswerkzeuge und so weiter und so fort das gucken wir uns jetzt gleich im anschluss noch mal an was denn da für teile letzten endes drin sind und auch gucken uns kurz an wofür sind die denn überhaupt ja dann wollen wir mal schauen was für teile denn sind denn drin und ich versuche mal zu erläutern wofür sie denn sind sofern ich selber drauf komme als allererstes habt ihr hier so eine art ich nenne das mal erdungs armband oder wie auch immer ich weiß nicht wie der offizielle titel dafür ist das dient letzten endes dazu damit ihr eure statische aufladung entladen können sozusagen denn gerade wenn ihr mit elektrischen geräten arbeitet ist es ja wichtig dass ihr da quasi nicht durch eure eigene statische ladung irgendwelche schäden verursacht das ganze legt euch einfach um den arm und dann kommt dieser clip an irgendwas was geerdet ist zum beispiel eine heizung oder ähnliches damit das ganze dann quasi euren körper entlädt wenn ihr so wollt so was kommt als nächstes zum vorschein was haben wir hier ja ein saugnapf der ist im wesentlichen natürlich dazu darum display abzuheben das heißt wenn ihr bei eurem handy quasi das display gelockert oder entfernt habt das dann anzuheben so als drittes das sieht mir nach einem opening tool aus also irgendwas zum öffnen die sind hier relativ scharfkantig das heißt da kommt ja auch in schmale kanten mit rein und dadurch dass die aus plastik sind macht er auch keine kratzer was steht hier noch drauf okay das heißt es scheint so als ob das dann abbrechen würde bevor ihr gerät kaputt geht ob das in der realität auch so ist da mache ich mal ein großes fragezeichen dran aber ist zumindest schon mal mit gedacht dass die teile dann letzten endes abbrechen bevor nachher irgendwas an eurem gerät abbricht deswegen gibt es wahrscheinlich auch drei stück so was haben wir dann hier noch ein bisschen aus dem plektron sind das sechs stück ich nehme mal an diesen auch ein bisschen dafür gedacht um irgendwas aufzuhebeln oder aber um nachher vor allen dingen auch deswegen sind wahrscheinlich auch sechs stück um nachher was wohl schon reingehebelt habt noch mal was reinzusetzen damit sich das ganze nicht wieder verschließt von daher ist die anzahl auch sicherlich ganz gut da könnt ihr dann an mehreren stellen sozusagen schon mal das ganze fixieren oder viel mehr geöffnet halten so packen wir hier mal wieder rein so dann haben wir hier eine pinzette und zwar lieber kreuz geht also kreuz pinzette quasi wenn man so möchte das ist natürlich ganz hilfreich finde ich ganz hilfreich wenn ihr kleine gegenstände habt die dann quasi von selbst auch wieder gehalten werden und ich zeige euch das mal die ist vorne auch wirklich sehr schön spitz also das heißt da könnt ihr auch ganz kleine feine schrauben oder schräubchen oder ähnliches mit sehr gut aufhalten sozusagen oder viel mehr in der in der pinzette halten so dann haben wir hier noch eine weitere pinzette auch relativ dünn vorne und so ein bisschen gebogen das heißt da könnt ihr dann quasi auch relativ gut in die geräte reingehen was hier nicht der fall ist die hat hier oben keine keine rüffelung das finde ich ja immer ganz praktisch wenn das dann noch gerüffelt ist das hilft dann auch zusätzlich den gegenstand zu halten so dann eine ich würde mal das ist eine normale pinzette in anführungsstrichen genau die hat oben auch eine rüffelung die ist auch relativ breit das heißt für feine anwendungszwecke nicht so gut geeignet dafür ist dann wahrscheinlich eher die gebogene pinzette gedacht so dass man damit dann quasi eher gröber unterwegs ist so was haben wir als nächstes ja das ist erst mal ich würde mal sagen pizza gegenstand um irgendwas spitzes zu machen das hier ist so eine art kleiner spartel womit ihr quasi auch wieder irgendwo rein gehen könnt ich glaube das ist auch ganz hilfreich dass das hier nochmal mit dabei ist dann haben wir hier noch einen zweiten spartel der hinten auch noch einen haken hat das ist vorne auch sehr sehr dünn dass ich weiß nicht ob man das hier vernünftig erkennt aber da kommt er wirklich glaube ich auch mit in die schmalsten stellen rein das ist glaube ich auch mit der dünnste spartel den wir hier dabei haben also das heißt dieses teil ist dann wirklich für die ganz schmalen stellen letzten endes gedacht und wenn ihr mal etwas härtere stellen habt ist glaube ich hier oder dafür ist vermutlich gedacht noch ein metall spartel mit dabei der ist einmal vorne abgerundet auf der seite und auf der anderen seite ein bisschen spitz also wenn es mal etwas gröber wird dann habt ihr hier noch auch ein metall spartel mit dabei und seht hier dass auch die grifffläche noch geriffelt ist das ist dann noch um es besser zu halten ja das klassische i fixe tool der jimmy damit kriegt ihr fast alles auf ist ein bisschen dicker als der kleinen spartel den wir gerade eben gesehen haben aber dieses teil an sich kostet glaube ich schon 10 euro also das ist auf jeden fall was was ich zumindest auch vorher schon immer haben wollte und was glaube ich auch ganz hilfreich ist ja das ist das set an sich gewesen und im nächsten schritt würde ich mal sagen gucken wir jetzt einfach noch mal rein in den bit satz ohne euch jetzt jeden einzelnen bit erklären zu wollen hier wie gesagt das set mit magneten befestigt das heißt ihr habt jetzt auch nicht mehr platzwerk durch irgendwelche aufklappbaren plastik abdeckungen oder ähnliches das finde ich eigentlich ganz schön ja hier so eine biegsame verlängerung für den schraubendreher der dann letzten endes dazu dient ihr quasi als aufsatz zu dienen und zwar nicht so rum sondern natürlich andersrum vorne noch mit seiner drehbahnhalterung das ist und macht auch erstmal einen ganz guten eindruck also auf jeden fall wertiger als das was ich vorher bei meinem china mit satz dabei hatte was ich im internet gelesen hatte war dass hier eine art gummierung aufgetragen ist auf den auf den schraubendreher das gefühl hatte ich jetzt hier irgendwie bei mir nicht ich weiß nicht woran es liegt vielleicht habe ich auch neuere version oder sowas aber das macht mir nicht den eindruck als ob das gummiert ist sondern das ist glaube ich eher metall an also insofern das sorgt auch nicht für abrieb denn das wurde im internet öfter mal beschrieben kann ich bei mir hier nicht feststellen ich versuche noch mal intensiv zu reiben ob ich da irgendwie farbe oder ähnliches abrieb dran habe aber wäre mir jetzt hier nicht aufgefallen insofern vielleicht ist das in der älteren version noch so gewesen jetzt nicht mehr das weiß ich nicht genau ja und dann wie gesagt eine ganze reihe von bits und zwar insgesamt 64 stück und hier auch immer bezeichnet mit den verschiedenen größen und den verschiedenen aufsätzen so dass ihr nachher dann auch immer wieder in die sortierung zurück findet denn wenn man erstmal in aller hektik die verschiedenen größen beim handy gerade am anfang das erste mal macht durch durchprobiert dann ist es auch ganz hilfreich wenn man nachher die wieder in die richtige sortierung bringen kann und ich habe es mal so ein bisschen durchgeguckt da sind wirklich für alle eventualitäten glaube ich aufsätze mit dabei darum sich keine gedanken machen ob jetzt iphone ob mac oder ähnliches ich glaube für fast alle schrauben die mir zumindest so bekannt sind ist da was dabei damit ihr letzten endes da auch eure elektrischen geräte öffnen und gegebenenfalls in teilen vielleicht auch reparieren könnt hier noch mal so ein bisschen eine nahaufnahme aber wie gesagt alle einzeln aufzuführen das macht glaube ich keinen sinn da könnt ihr im internet besser noch nachlesen ich füge euch und noch mal den link dazu was da letzten endes alles mit dabei ist ja dann packen wir das ganze mal wieder so ein kleines bisschen zusammen vielleicht so als ersten eindruck lasst euch mal von meiner seite aus gesagt sein dass das eigentlich einen ganz guten eindruck macht aber und das ist das entscheidende aus meiner sicht ihr bekommt diese geräte oder diese teile die hier in dem set dabei sind natürlich im internet auch deutlich günstiger und billiger ob die dann auch immer die qualität haben und ob das hier qualität hat das wird sich dann in den nächsten tagen und wochen zeigen der erste eindruck ist erstmal positiv und auf jeden fall besser als das bit set was ich vorher hatte und was deutlich günstiger war also insofern würde ich sagen da ist schon mal ein positiver effekt zu sehen und die gewerkzeuge die hier dabei sind die machen auch auf den ersten blicken ganz guten eindruck falls fragen sind gerne ab damit in die kommentare und ansonsten bleibt mir an dieser stelle wie immer nicht mehr nichts anderes mehr zu sagen als alexa kamera aus ok